So, dann wollen wir uns mal aufmachen in die nächste Runde des Grauens und Entsetzens. Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2. Äh, Quatsch, 2, was erzähle ich denn? Die 1 natürlich. Mittlerweile schon die vierte Aufnahmesession und ich hoffe, diesmal wird es etwas flüssiger laufen als beim letzten Mal. Und vielleicht höre ich ja auch ab und zu mal zu, was ich denn so machen muss. Wenn ich mich recht entsinne, müssen wir jetzt noch zur Zentrifuge und dort irgendwie das Gleichgewicht hier in Ordnung bringen oder irgendwie sowas. Damit das Schiff unter Kontrolle bleibt, nachdem wir beim letzten Mal schon uns um die Benzinzufuhr gekümmert haben. Und ich habe festgestellt, in diesem Spiel die Art und Weise, wie mir Informationen zugetragen werden, die entspricht so überhaupt nicht meinem Auffassungsvermögen. Also ich kann da so, ich weiß auch nicht, ich kann da so schlecht rausfiltern. Das ist irgendwie nicht so für meinen Hirn geschaffen, diese Art Informationen weiterzutragen. Aber gut, vielleicht gewöne ich mich ja noch dran. Weiter geht's! Nein, nicht gut. Komm schon, komm schon! Yay! Muss ja ein ganz schönes Stück nach unten gewesen sein jetzt. So was haben wir da da. Ja, lässt sich irgendwie beschissen lesen, wenn da die Hälfte rausgebrochen ist. Guckuck. Keiner da. Okay, dann machen wir erst mal Kistlein auf hier. Luftkanister, ach, scheiß drauf. Brauchen wir nicht. Ich habe beim letzten Mal hier beim Durchgucken festgestellt, dass ich ja aus Versehen in der Leichenhalle bei irgendeinem Textlog, das ich angeklickt habe, gar nicht durchgescrollt habe. So, das kann ja beim Audiolog nicht passieren, deswegen hören wir uns jetzt erstmal das Audiolog hier an. Hier spricht Tempo. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen vier Millionen Tonnen Gestein am Arsch. Und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsschlag uns runter zur Kolonie ziehen. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Tu das, mein Freund, tu das. Ich nehme an, du hast es nicht geschafft, denn wir müssen uns ja jetzt um den Mist kümmern hier. So, erstmal alles einsammeln, bevor wir da drinnen dann weitermachen. Werkbank können wir auch mal gucken. Wir haben ja ein paar Energieknoten, glaube ich. Ich glaube, zwei oder so, kann das sein? Oder haben wir die beim letzten Mal schon... Halt. Haben wir die beim letzten Mal etwas schon ausgegeben? Ich weiß es gar nicht genau. Guck mal einfach mal nach. Wieder in den Werkunterricht gehen. So, guck mal mal. Einen Knoten haben wir. Okay, ich hatte irgendwie in Erinnerung... Da flüstert wieder jemand. Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass ich schon wusste, wofür ich den ausgeben will. Chineso wollte ich, glaube ich, nicht nochmal direkt machen. Könnte man, aber theoretisch. So, hier muss ich so oder so einen Punkt erstmal ins Leere ausgeben. Egal, wo ich hingehe. Hm. Wenn, dann würde ich natürlich am ehesten erstmal den ausgeben, weil ich dann gleich zwei angrenzende Dinger habe, die sich lohnen. Aber ich warte erstmal mit dem Stase-Modul. Okay, was haben wir noch? Im Rig habe ich noch gar nichts gemacht. Luft will ich eigentlich nicht unbedingt, wenn es nicht unbedingt sein muss. Aber die Trefferpunkte würden sich natürlich auf lange Sicht mal ein bisschen lohnen, ne? Da hast du keine Sitte. Ne, für die Waffen will ich nicht. Okay, dann packen wir es aus Rig. Ja, bitte. Und dann gucken wir mal. Wir werden schon noch genug Knoten kriegen, damit wir hier im Rig mal unsere Lebenspunkte auf Vordermann kriegen. Und dann verlängert sich vielleicht auch mal dieser schöne Balken an Isaacs Rücken hier. Gut. Was knarzt denn hier so? Bricht das Schiff etwa auseinander? Dann wollen wir mal. Dekontamination. Ich habe irgendwie die ganz schlimme Befürchtung, dass hier gleich irgendwas ganz Schlechtes passiert, wenn ich hier drauf drücke. Ich wechsle mal die Waffe. Dekontamination-Sequenz aktiviert. Bitte warten. Ja, toll. Na, das freut mich doch. Spritze mich voll. Bespritze mich. Ja, super, genau. Kommt ihr auch von hinten? Ne, gut. Okay. Oder? Hallo? Ich habe unsere Freunde doch gesehen. Da vorne ist zu. What? What? Na doll. Slash. Und bleibt bitte liegen. So. Das ist ja auch geil jetzt. Wo? Da. Das war's für dich, mein Freund. Oh, man wird schon ganz kalt und abgezockt hier. Oh, der war schon tot. Da ist er. Ich seh' dich doch. Denkst du, du kannst mir entkommen, oder was? Ich werde ja schon ganz kalt und abgeklärt hier, wollte ich sagen. Jetzt geht's schon los mit der Abstumpfung. Killerspiel. Die Kontamination-Sequenz erendet. Das ist aber schön. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ja. Okay, war jetzt nicht so herausfordernd, weil die schön nacheinander kamen. So, fein aufsammeln hier. Nachladen, bitte. Und dann proceed, please. Genau, das werden wir tun. So, links geht's nicht. Gut. Ist bloß wieder so ein Loch, wo sie rausgekrochen kommen können. Kann man da eigentlich reingucken? Ja, nicht allzu weit. Gut, weiter geht's. Die haben noch was zum Aufmachen. Gibt Meier den Lack. Wie, jetzt strahlen nicht mehr nach, äh, Dingens hier und so. Was haben wir denn da? Ja, können wir mal nachladen. So, zack. Mittelstrahl nachgeladen. Dann können wir den auch einsammeln. Und dann benutzen wir den gleich mal. Ich hab das Gefühl, für den kriegen wir jetzt relativ viel Muni. Ups. Nein, das wollte ich noch gar nicht. Ach, verdammt. Sollte man vielleicht auch mal probieren, wenn Gegner in der Nähe sind. Gut, wo müssen wir denn hin? Da lang. Okay. Don't go it alone. Take assurance. So, wir gehen aber erstmal allein. Diesen Weg hier. Hallo, jemand zu Hause? Ich möchte jemandem was ins Gesicht werfen. Keiner da. Schade. Gut. Was haben wir denn hier Feines? Eine... Ja, gib mal... Was? Ja, gib her. Ein Energieknoten. Das hat sich schon mal gelohnt. Und Notfallvorräte. Ein Lagerraum, der irgendwie... ...unzugänglich aussieht. Ganz geringfügig. Was steht da? Ha! Achtung, Hindernis entdeckt. Ja, Mensch, Blitzmerker. Gut, weiter in die andere Richtung. Schauen wir mal. Dass man hier so von oben so auf so eine andere Ebene kommt, das gefällt mir nicht so sehr. Okay. Ein Loch. Na super. Guck, guck. Noch ein Loch. Na, Spitze. Hier kommt doch garantiert gleich jemand rausgekrochen. Irgendjemand kommt ja gleich angescheißert. Ich merke es schon. Ich merke es schon. Ich sehe es schon kommen. Da liegt was rum. Irgendein Textlog oder so. Und ein Arm. Und ein Bein. Moment. Nee, die nicht. Die hier. Kann man die nachladen? Nee. Wieso kannst du... Ach, Mist. Moment. Da müssen wir mal wieder etwas abwerfen. Zum Beispiel ein Stase-Modul. Äh, Quatsch. Ein Stase-Pack. Von denen habe ich so viele mittlerweile. Das ist ja übel. Übelst ist das. So, da erstmal die. Einmal nachgeladen. Und jetzt wieder her damit. Was haben wir da? Halbleiter Gold. Oh, ich glaube, die geben gut Punkte. Ach, shit. Stimmt ja. Genau, das hatte ich schon mal in... Wie gesagt, ich hatte ja schon mal von Let's Play... Äh, Let's Play Dead Space 2. Quatsch. Ich habe schon mal ein Let's Play zu Dead Space 2. So rum, würde ich sagen. Gesehen. Ähm. Da hatte ich das auch schon mal gesehen. Ähm. Diese Dinger, die sind Geld wert. Allerdings muss man die im Shop verkaufen. So, deswegen... Nee, ich werfe das jetzt nicht ab. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Und benutze dann erstmal eine Stase. Damit ich die dann hier verwenden kann. So ein Stase-Pack. Ne? Kleines Beinchen. Ja, das nicht. Aber wir können es uns schon mal hinlegen, damit wir es nicht vergessen. So, leih mir mal deine Hand. Flupper, flupper. Ach, shit. Hier drüben ist zu. Ja, komm, dann machen wir das anders. Mach mal auf hier. Thank you very much. Okay. Dann machen wir das mal so. Nein, nicht benutzen. Entfernen. Jawohl. Jetzt nochmal fix zurück. Ach, diese Umstände, die ich mir hier mache. So, kann es wieder aufmachen. Okay, wo sind wir denn hier? Zugang zur Zentrifuge. Da sind wir ja genau richtig. Oh, nein. Oh, nein. Wir wollten mir jetzt nicht erzählen, dass ich hier irgendwie mit... Ach, nö, oder? Bitte nicht. Hell yeah. Ich bin so... Ich bin ja so begeistert. Aber wenigstens keine... Sauerstoffarmut, was bist du denn für einer? Bist du ein Böse? Nein. Ach, da drüben ist keine Schwererlosigkeit. Okay. Sehr interessant. Sehr interessant. So. Gib mal das her. Ja, du sollst es auch. Machen wir das mal so. Hi, hi, hi. So, gepärbt. Oh, nein, 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 nein. Bin geblieben. So, haben wir es jetzt. Ja, schön. Okay. Ähm... Noch irgendwelche Gegenstände, die uns gefallen könnten. Irgendwelche lustigen Herren, die wir uns einsammeln könnten. Nein. Okay, dann hüpfen wir erstmal da rüber. Hüpfen wir erstmal da rüber. Hüpfen wir erstmal... Ach, Isaac. What? Oh, 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 oh. Wo denn? Ich bin bereit. Wo bist du denn? Hallo? Wo ist denn der? Ähm... Ach, da. Halt, ich wollte doch auf den breiten Mittelstrahl wechseln. Ja. So gefällt mir das. Nein, 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 nein. Du hast deinen Schwanz verloren. Ne? Hier, geh mal, geh mal weg. Oh, ne, jetzt werde ich auch noch von meinem Kater bei Höckert hier. Ich glaube, er hat Hunger. Jetzt hat er sich ernsthaft hier, während ich als Player auf meinen Schoß geworfen. Ist auch... Ja, genau, geh mal weg, Digga. Ist auch sehr interessant. So. Plasma Energie. Wunderbar. Ich hätte auch die Dinger hier benutzen können, fällt mir gerade auf. So, einmal nachladen, bitte. Da drüben ist da auch irgendwas, oder? Irgendwelcher Krempel. Okay, was müssen wir tun? Ich geh mal... Nein, du sagst... Achso. Das ist sogar richtig. Das ist sehr interessant. So, schieb mir das mal... Okay, es ist doch nicht ganz richtig. Was? Was ist das? Nutzen sie Stase oder was schon da gerade? Ich hab's wieder mal nicht lesen können. Wir hüpfen erst mal auf die richtige Seite. So, damit wir erst mal wissen, wo oben und unten ist. Okay. Da muss es rein? Alles klar. Stase. Chinese. Ah. So wünsche ich mir das doch. So, hier drüben auch nochmal. Der ist tot, oder? Ich hoffe es einfach mal. Okay. Stase. Chinese. Nein, mein Freund. Du wirst heute nicht glücklich. Ah, ich liebe diese Waffe. Wunderschön. Überall fliegen die Körperteile rum hier. Spitze. Gut, hat der André jetzt auch noch was für uns fallen lassen hier? Außer irgendwelchen komischen Körperteilen? Flipp. Schön, wie die wegfliegen. Äh, keine Ahnung. So, du hast nichts für uns, ne? Okay, hier drüben ist ein Aufzug, den wir nicht benutzen können. Wunderbar. Wo müssen wir denn hin erstmal? Schauen wir mal so. Drüben irgendwo. Okay. Was? Ach, nach oben. Okay. Nun denn. Gehen wir mal da hoch. Hüpf. So, einmal andersrum noch. Okay. Haben wir es also soweit gepackt. Zentrifuge noch anwerfen, nehme ich mal so an. Aktivierung der Zentrifuge leitet Gravitation ein. Natürlich. Zentrifuge aktiviert. Gangeldung der Zentrifuge, blue whatде was ich das? Ich Guiffe каждaltله.